Wir machen weiter mit dem Sprung vom Kasten ins Mini-Jump mit Landung auf der Matte, mit Hilfe. Dazu stellt sich der Springende immer oben auf den Kasten, hat hier schon Spannung. Ein Fuß geht nach vorne, welcher Fuß das ist, das dürft ihr euch aussuchen, das ist egal. Bei mir ist es jetzt der rechte. Also steht hier mit Spannung hier oben, ihr springt mit einem Bein ab und springt mit zwei Füßen ins Mini-Jump hinein, so wie wir das gerade eben auch bei dem Prellsprung gemacht haben. Und die sichern oder die hilfenden Leute haben die Aufgabe, an der Hüfte und am Rücken in einem Sandwichgriff zu halten und mit zur Landung zu begleiten. Ich mache das einmal vor.